hallo zu einem neuen video über marius lindosen das fünfte türchen ist geöffnet fünf videos in folge unglaublich und heute möchte ich euch was zeigen wo es ein bisschen um was was eigenes geht und zwar sind das diese hoodies die wir in zwei varianten gemacht haben der walter berg und ich der diese schönen zeichnungen macht und einige t shirts die ich euch auch zeige in diesem video und die sind ab sofort im shop erhältlich ihr habt die möglichkeit sie zu einem spezialpreis amikolaus zu kaufen und heute auch schon also heute und morgen gibt es einen spezialpreis dafür dann kommen die sachen auch noch zu weihnachten an falls ihr noch geschenk braucht ist das glaube ich eine super sache so und viel spaß beim anschauen der shirts und viel spaß bei den nächsten videos diese kommen werden da ist einiges in planung wenn ihr heute das video seht bin ich am wasser hoffentlich ja zu den shirts kann ich euch nur sagen dass die wirklich eine tolle qualität haben also der walter nicht wir haben gesagt wenn dann machen wir shirts die vernünftig sind und die eine hohe qualität haben und lieber drei euro mehr kosten als irgendwelche billig dinger die nach dreimal waschen nichts mehr taugen also alle shirts sind in bio baumwolle sie haben wirklich einen tollen weichen stoff der sich richtig schön anfasst und die motive die sind in deutschland drauf gedruckt und da kann ich nur sagen ich habe jetzt meine probe shirts die sind schon bestimmt 10 15 mal gewaschen worden ich habe die dann immer wieder angezogen gewaschen angezogen gewaschen die sehen jetzt auch aus wie am ersten tag also den hudy den ich hier im video trage der ist wirklich jetzt schon durchgerockt in den letzten zwei monaten und dem hängen noch nicht mehr irgendwo ein faden raus und ich denke das zeichnet es aus auch ein vernünftiges produkt zu haben wenn ich bedenke was andere shirts und andere pullis teilweise kosten und was ich dafür einen schrott schon gekauft habe im nachhinein sind wir hier auf dem richtigen weg das ist schon wirklich ein tolles zeug ja und für euch jetzt im shop erhältlich die hoodies normal 69 euro ihr könnt sie jetzt hier für 50 euro bekommen und die shirts normal für 29 euro und ihr habt jetzt die chance sie für 23 zu bekommen in den zwei tagen ja und jetzt bedanke ich mich noch fürs zuschauen und wünsche euch einen schönen sonntag und einen schönen nikolausmorgen und macht es gut euer mario euer mario